Ah, ich dachte, das ist der Typ safe, Alter. Ich dachte, das ist ein NPC gewesen. Weiß ich, ich hab mich schon kaputt gelacht, Alter, weil der Typ da über mich drüber gefahren ist. Weil der da Unfälle gebaut hat, an was. Hauptsache, wenn keine Zweisungspieler Kampfoutfit. Er sieht das Auto. Kampfkrieg. Aber Hauptsache, davor, fünf Sekunden vorher, ich will nicht kämpfen. Aber er ist innen im Kampfoutfit drin, weißt du? So, als ob er es unter den normalen Klamotten angehabt hätte. Na immer.